Wenn du als gewerblicher Händler auf Kleinanzeigen verkaufst, wirst du sicher schon was von Kleinanzeigen Pro gehört haben. Mit Kleinanzeigen Pro profitierst du nämlich von einem starken Unternehmensauftritt und mehr Sichtbarkeit für deine Anzeigen. In diesem Video schauen wir uns die Vorteile von Kleinanzeigen Pro an und nehmen alle notwendigen Einstellungen vor. Viel Spaß bei dem Video. Und damit willkommen zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Kleinanzeigen. Wie du siehst, befinde ich mich hier schon in meinem Konto, meinem gewerblichen Konto, was ich bereits erstellt habe. Ich habe nämlich schon zwei Videos dazu gemacht, die korrekte Registrierung und auch die notwendigen Einstellungen, die du hier im Profil vornehmen kannst, aber auch, wie man die erste Anzeige korrekt schaltet, um alles korrekt abzuschließen. Falls du dieses nicht gesehen hast, schaust du dir gerne an. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir das Ganze dazu. Ansonsten findest du es auch oben in der Infobox zum Nachschauen. Falls du sonst neu dabei bist und dich interessiert alles rund um E-Commerce wie News, aber auch Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay und vieles weitere, dann abonnier auch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Hinterlasst gerne auch einen Daumen nach oben, das hilft diesem Kanal weiter zu wachsen und lässt uns hier als Community uns gegenseitig unterstützen. Nun kommen wir zu Kleinanzeigen Pro. Lasst uns mal schauen, welche Vorteile es mit sich bringt. Wenn ihr hier auf mein Profil geht, dann habt ihr hier direkt die Unternehmensseite mit dem Pro dahinter und wenn ihr darauf klickt, dann kommt ihr hier auf diese Seite. Hier habt ihr alle Funktionen und Vorteile von Kleinanzeigen Pro im Überblick, sowie auch der Anzahl an Anzeigen, die ihr wählen könnt, denn es ist abhängig von Anzeigen, wie viel Beitrag monatlich gezahlt werden muss. Ihr seht es hier bei einer Anzeige wird es monatlich, zumindest beim Basic-Tarif, 35 Euro monatlich betragen. Hier beachten zuzüglich Mehrwertsteuer, dann sind das so um die 40 Euro für alle Kleinunternehmer. Unter euch müsst ihr natürlich mit der Mehrwertsteuer bezahlen, die anderen können sich als Vorsteuer zurückziehen. Wenn ihr dann das Ganze erhöht auf 5 Anzeigen pro Monat, erhöht sich der Beitrag dementsprechend auch für die anderen Tarife. Kommen wir dann zu den Vorteilen und Funktionen von Kleinanzeigen Pro und hier möchte ich mir mal speziell den Basic-Tarif anschauen. Das andere umfasst sowohl das vorherige Paket und bietet noch zusätzliche Leistungen, falls ihr Power- oder Premium-Tarif wählen möchtet. Schauen wir uns hier mal den Basic-Tarif an. Ihr habt unbegrenzte Anzeigenlaufzeit, bedeutet ihr könnt ein Produkt einstellen und so lange laufen lassen, bis es ausverkauft ist oder einfach nicht mehr verfügbar ist. Automatisches Hochschieben, einmal pro Monat werden alle Anzeigen hochgeschoben, die ihr habt. Dementsprechend müsst ihr hier auch eure Anzeigenanzahl wählen. Detaillierte Unternehmensseite, auch sehr professioneller Auftritt. Hier könnt ihr eure Daten hinterlegen, eure Anschrift, eure Adresse und vieles mehr. Das schauen wir uns gleich speziell an. Artikelseite frei von Anzeigen. Das bedeutet, eure Anzeigen, die sich der Kunde anschaut, werden nicht mit anderen Werbeflächen versehen. Das bedeutet, dass hier alles werbefrei ist. Exklusive Sichtbarkeitspakete habt ihr hier zusätzlich. Komfortable Anzeigenverwaltung. Dann haben wir die Anzeigenstatistik, die wir uns hier auch anschauen können. Verkaufsschild generieren. Ja, auch das ist möglich. Und eine eigene URL für eure Unternehmensseite. Mehr Infos, dann habt ihr hier einmal eine Übersicht mit Bildern. Finde ich super gemacht. Da habt ihr direkt mal eine Ansicht, was genau mit der jeweiligen Funktion in Verbindung steht und damit gemeint ist. Ich würde mal sagen, wir buchen jetzt einfach mal den Basic-Tarif und schauen uns das speziell an. Wenn ihr dann auf Buchen drückt, habt ihr hier nochmal die Auswahl an den Paketen. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, auch die Anzahl der Anzeigen festzulegen. Wie ihr gesehen habt und vorher angesprochen wurde, erhöht sich der Preis für die jeweiligen Anzeigen. Wir machen das mal probeweise für eine Anzeige. Dann gebt ihr hier den Unternehmensnamen ein, eure Anschrift. Des Weiteren habt ihr hier den Ansprechpartner, den ihr festlegt. Und eine Mailadresse habt ihr schon festgelegt hier. Dann die Zahlungsoption. Ihr könnt das Ganze per SEPA Lastschriftmandat erteilen, dass das abgebucht wird, der monatliche Beitrag. Oder ihr könnt euch auch eine Rechnung stellen. Ich mache das mal per SEPA Lastschriftmandat. Am Ende bestätigt ihr eure Angaben und drückt auf Jetzt buchen. Wenn ihr dann den Buchungsvorgang mit euren Daten abgeschlossen habt, gelangt ihr hier auf diese Seite. Hier wird nochmal sich bedankt. Ihr erhaltet eine Buchungsbestätigung an eure angegebene E-Mail-Adresse und könnt schon direkt eure Unternehmensseite einrichten. Ich klicke hier mal auf Einrichten und wir gelangen hier direkt auf die Übersicht zur Unternehmensseite, um diese zu bearbeiten. Schauen wir uns mal an, welche Daten sind denn hier erforderlich. Unternehmensnamen. Hier gebt ihr euren Namen an, der auf der Unternehmensseite eingeblendet wird. Ich mache jetzt mal probeweise einfach mal Sales Shop Alex. Dann habt ihr die Möglichkeit, wie schon bei den Vorteilen angegeben, eine URL festzulegen. Die wird hier automatisch generiert, wie ihr seht. Ihr könnt ein Logo festlegen. Achtet hier auf die Bestimmungen und Formate. Ich mache hier mal ein Logo rein. Auch alles probeweise. Das muss bei euch nicht so aussehen, sondern ihr macht natürlich eure eigenen Sachen rein. Kommen wir zu den rechtlichen Angaben. Hier müsst ihr natürlich auf eurer Unternehmensseite rechtliche Angaben festlegen als gewerblicher Händler. Und neben dem Impressum viele andere Dinge, die auch für euch gelten könnten. Hier habt ihr zum Beispiel auch Hilfe für gewerbliche Händler und rechtliche Angaben. Könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Ich habe es bereits bei der Angeboterstellung gezeigt. Welche Angaben sind verpflichtet, wenn man vor allem das Ganze auch online abwickeln möchte. Also neben dem Impressum müsst ihr natürlich auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen festlegen für euch. Dann die Widerrufsbelehrungen müsst ihr festlegen, aber auch die Datenschutzerklärung und Datenschutzbestimmungen sind hier wichtig. Falls du nicht weißt, wo du diese Rechtstexte bekommst, ich habe dir hier mal einen Link unten in der Videobeschreibung reingepackt vom Händlerbund, wo ich selbst meine Rechtstexte beziehe. Hier kannst du bis zu drei Monate das Ganze auch gratis bekommen. Des Weiteren hast du hier die Möglichkeit, einen Haken zu setzen, dass diese festgelegten rechtlichen Angaben auch für alle Anzeigen und die Unternehmensseite angewendet werden sollen. Die Aktualisierung, wie du siehst, hier kann auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Kontakt. Hier gibst du nochmal die Telefonnummer. Zwei Stück hast du zur Auswahl. Vielleicht eine Festnetz- und eine Handynummer. Dann die Straße zu deinem Unternehmen. Auch eine Website kannst du verlinken. Das bedeutet, falls du einen Online-Shop hast, kannst du den dazu verlinken. Und so gelangen auch Kunden auf deinen Online-Shop und haben vielleicht eine größere Auswahl an Produkten, die du hier vielleicht nicht alle in Anzeigen listest. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, Öffnungszeiten festzulegen. Besonders attraktiv und interessant für alle, die einen stationären Handel haben. Hier können wir dann die jeweiligen Tage anklicken und mit den Uhrzeiten versehen, an denen man Öffnungszeiten hat. So, und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, hier über unser Unternehmen kurz was zu erzählen. Und hier gebe ich mal einfach kurz was ein. Da könnt ihr euer Unternehmen beschreiben, was genau macht ihr und warum sollte der Kunde bei euch kaufen. Wenn das soweit geschehen ist, drückt ihr auf Speichern und habt die Unternehmensseite somit eingerichtet. Wenn ihr dann alles korrekt festgelegt habt, sieht eure Unternehmensseite so aus. Ihr habt hier die Ansicht für die Besucher von Kleinanzeigen. So sehen die Besucher eure Seite und hier haben wir das Logo dann eingeblendet. Wir können hier den Shop-Namen sehen, wir können die Anzeigenanzahl sehen und vieles mehr. Wir können folgen, das heißt die Besucher können euch folgen. Ihr könnt euren Shop teilen oder auch Besucher können ihn teilen. Wir haben hier die Adressangabe, rechtliche Angaben können wir uns einblenden lassen und die Anzeigen. Wie ihr seht, habe ich noch keine Anzeigen. Ich werde das in dem nächsten Video euch mit Anzeigen das Ganze zeigen, aber auch hier die neuen Möglichkeiten, die dazugekommen sind, wie Statistiken, Buchungen, Rechnungen, Einstellungen, Kundensupport, aber auch solche Sachen wie Followeransprache, Vorschau und vieles mehr schauen wir uns im nächsten Video an. Deshalb, falls du das nicht verpassen möchtest, abonnier auch diesen Kanal, so verpasst du auch alle weiteren Videos nicht. Falls noch Fragen sind und dir irgendwelche Sachen unklar sind, gerne unten die Kommentarfunktion dazu nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Ansonsten freue ich mich damit, dir geholfen zu haben und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute und viel Erfolg. Ciao.